William K. Stewart, der Sherlock Holmes Adventskalender. Die Reise nach Jerusalem. Auf dem Meer. Nach den Charakteren von Sir Arthur Conan Doyle, gelesen von Gary Humbauer. Am nächsten Morgen wurden wir abermals mit dem deutschen Automobil der zuständigen osmanischen Behörden vom Pelab-Palast-Hotel zum Hafen von Konstantinopel gebracht. Diese befand sich in unmittelbarer Nähe im historischen Stadtviertel Galata, das von dem markanten Wachturm aus spätbyzantischer und genuesischer Zeit geprägt war. Der Hafen selbst befand sich im Umbruch. Erst im Vorjahr hatte ein französisches Unternehmen die Anlagen erneuert, nun sollten sie zu einem modernen Frachthafen ausgebaut werden, was von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sein würde. Man verbrachte uns auf ein Passagierschiff, das nach kurzen Zwischenaufenthalten in Izmir, Antalya und Mersin nach fünf Tagen im palästinensischen Jaffa ankommen sollte. Holmes und ich ließen unser Gepäck in unsere Kabine bringen, dann wollten wir an Deck die Abfahrt beobachten. Die Optik war beeindruckend. Wir blickten zurück auf das bemerkenswerte Konstantinopel und verließen die Meerenge des Bosporus in südlicher Richtung, wo wir in das Marmarameer einfuhren. Danach sollte die spannende Passage der Dardanellen folgen, ehe das Schiff die Ägäis erreichen würde. Unsere Mitreisenden waren nun gänzlich andere Charaktere als noch im Orient-Express. Wir bemerkten, dass hier vorrangig Pilger an Bord waren, die sich wie wir auf dem Weg nach Jerusalem befanden. Die meisten davon waren christliche Europäer aus allen möglichen Ländern, einfache Leute, ebenso wie Priester und Mönche, aber auch osteuropäische Juden sowie Muslime aus Albanien und Bosnien. Eine bunte Bischung, die zweifelsfrei gut nach Jerusalem passen würde und die trotz aller Unterschiede dort nur eines suchen wollten, die Annäherung an Gott. Alles in allem schätzte ich die Anzahl der Passagiere, die sich unter Deck großteils mit einem Massenquartier begnügten, auf bis zu 100 Personen. Holmes und ich waren demgegenüber privilegiert. Uns stand eine eigene Kabine zur Verfügung, was allerdings auch notwendig war für unsere Mission. Denn es war an der Zeit ungestört, die Lage zu erörtern, die uns seit Halim bei unserem Gespräch im Yildiz-Palast geschildert hatte. »Was halten Sie von den jüngsten Berichten aus Jerusalem?« begann ich, als wir unter Deck an einem einfachen Holztisch zusammensaßen. »Gewiß handelt es sich um eine Zuspitzung,« erwiderte Holmes, »damit hatte der Beamte schon recht. Doch eine tatsächliche Eskalation, bei der Menschen zu Schaden kommen würden, ist noch nicht zu sehen. Dies dürfte mit der Strategie und Taktik der Täter zusammenhängen. Sie bemühen sich um Sympathien in der Bevölkerung und scheinen damit auch Erfolg zu haben. Für die osmanischen Behörden wird die Situation dadurch allerdings noch schwieriger. Man scheut zurück vor einer gewaltsamen Unterdrückung. Berechtigterweise ergänzte ich, denn damit riskiert man schlimmstenfalls einen Bürgerkrieg. Ein solcher könnte weitreichende Folgen haben für das gesamte osmanische Staatswesen. Denn es gibt auch innerhalb der politischen und militärischen Kreise einflussreiche Gruppen, die in Opposition zur Regierung des Sultans stehen. Am Ende könnte die Türkei gar zur Republik werden und die Führungsrolle unter den Muslimen verloren gehen. Und wenn es einen Krieg gibt, dann würden die erstarkten Griechen bestimmt alles daran setzen, Konstantinopel und vielleicht auch die Küsten Kleinasiens zurückzuerobern. Holmes schenkte sich ein Glas Wasser aus dem am Tisch stehenden Tonkrug ein. »Wir wollen die internationalen Implikationen ihrer militärstrategischen Expertise einstweilen beiseite lassen«, meinte er. »Ich habe über das in Jerusalem verbreitete Flugblatt nachgedacht. Wenn gleiche zum Widerstand aufruft, so doch nicht zum Aufstand. Dagegen spricht auch die Zerstörung des Waffenarsenals. Es steckt ein Plan dahinter, den wir ergründen müssen. Es sind offenbar kluge und womöglich auch erfahrene Leute am Werk, was durchaus überraschend ist. Und offenbar haben sie auch Zugriff auf Sprengstoff, dessen Herkunft unklar bleibt. Ich musterte das nachdenkliche Gesicht meines Freundes. »Sie vermuten eine Unterstützung von außen?« fragte ich schließlich. »Das ist denkbar«, bestätigte Holmes, lieferte jedoch keine weiteren Überlegungen. »Daher lag es an mir, diesbezüglich Mutmaßungen anzustellen. Was ist«, begann ich auszuführen, »wenn es sich um eine christliche Aktion handelt, um das Heilige Land von der Herrschaft des Islams zu befreien? Sozusagen ein Kreuzzug aus dem Inneren.« Holmes machte ein amüsiertes Gesicht. »Und der Drahtzieher im Hintergrund wäre dann der Papst in Rom, nicht wahr? Nein, eine rein konfessionelle Auseinandersetzung scheint mir hier nicht vorzulegen. Dem entspricht auch nicht die Botschaft des knappen Pamphlets. Ich überlegte einige Zeit, um einen neuen Ansatz zu präsentieren. Sie haben mir in Wien doch von dieser zionistischen Bewegung erzählt. Deren Ziel ist die Errichtung eines jüdischen Staates, bevorzugt natürlich in Palästina, wo die mutmaßlichen Gräber der Könige David und Salomon liegen. Der erste Schritt hierfür wäre natürlich die Vertreibung der Osmanen aus dem Gebiet. Und Herr Herzl entgegnete Holmes skeptisch. Ein harmloser österreichischer Fötenist, organisiert zu diesem Zweck Anschläge in Jerusalem? Das scheint mir weit hergeholt. Außerdem bliebe die Bevölkerungsstruktur komplex, mit vielen arabischen Muslimen und Christen. Es bedürfte Millionen jüdischer Einwanderer aus Europa, um Palästina unter Kontrolle zu bringen. So weit ist diese Bewegung nicht. Dafür fehlen hier der Rückhalt und die Mittel. Viele europäische Juden, nicht zuletzt die streng Religiösen, lehnen diese Ziele ab. Mir gingen langsam die Ideen aus. Vielleicht habe ich mich auch zu sehr fixiert in meinen Vorstellungen, gestand ich ein. Womöglich ist der von mir automatisch angenommene Charakter der Anschläge nur ein Vorwand, ein Ablenkungsmanöver und es steckt etwas ganz anderes dahinter. Anarchisten, Sozialisten oder einfach ein Verbrechersyndikat? Es wäre mir nicht geläufig, dass die Herrn Marx oder Kropotkin irgendeine Resonanz im Nahen Osten gefunden hätten. Dort gibt es kein industrielles Proletariat. Aber in der Grundtendenz haben sie schon einen Punkt getroffen, Watson. Wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Und wir müssen uns an die Fakten halten. Mit ihren Spekulationen kommen wir nicht weiter. Es sind Annahmen, widersprach ich, gewisse Wahrscheinlichkeiten. Unbegründete Annahmen, behauptete Holmes. Geeignet für den abenteuerlichen Entwurf eines Schriftstellers, nicht für die Analyse eines Detektivs. Ich war ein wenig enttäuscht, dass mein Freund meine Überlegungen so einfach verwarf. Aber er hatte durchaus Recht damit, dass es sich einstweilen lediglich um Mutmaßungen handelte. Sollten sich in weiterer Folge Tatsachen ergeben, die sie stützen, so würden wir ohne dies auf sie zurückkommen müssen. Meinetwegen, sagte ich daher, ziehen wir keine vorschnellen Schlüsse und bleiben wir bei den belastbaren Fakten. Irgendjemand versucht, die osmanische Kontrolle über Palästina zu untergraben. Es droht eine Eskalation. Und was ist unsere Aufgabe? Abwarten und Tee trinken? Holmes nahm einen Schluck von seinem Wasserglas und entgegnete, immer mit der Ruhe, mein lieber Watson, das ist eine Grundregel der Ermittlungsarbeit. Aber nicht gerade ein Plan, gab ich zurück. Daran arbeite ich noch, erklärte Holmes. Ich werde es sie wissen lassen, wenn ich soweit bin. Als Feind schlage ich vor, dass sie einfach die Kreuzfahrt durch das östliche Mittelmeer genießen. Wir kommen an Lesbos und Smyrna vorbei, an Ephesus, Halikarnasos und Rhodos, an Myra und Seleukia. Von der Reling aus werden sie gewiss einen Blick auf ein paar griechische, hellenistische und römische Ruinen erhaschen. Troja haben sie leider schon verpasst, aber da gibt es ohnehin nicht viel zu sehen, trotz der Bemühungen von Herrn Schliemann. Ich folgte dem Ratschlag meines Freundes und bemühte mich um Entspannung. Es gab wahrlich Unerfreulicheres, als eine Schifffahrt entlang der Küste Kleinasiens, also verbrachte ich viel Zeit an Deck und verfolgte das nicht allzu weit entfernte Festland, betrachtete die auftauchenden Inseln und brachte mein Gemüt in Einklang mit den sanft wogenden Wellenbewegungen der Meeresoberfläche. Auf diese Weise vergingen die Tage erstaunlich rasch. Die eine oder andere Unterhaltung mit den Pilgern aus aller Herren Ländern erwies sich ebenso als aufschlussreicher Zeitvertreib. Bei einigen, insbesondere den Katholiken, gewann ich den Eindruck, dass ihre Reise nach Jerusalem vor allem als heilige Pflichterfüllung und Unterwerfung verstanden wurde, während die Protestanten, nicht zuletzt die Deutschen, die Sache eher von einer praktischen Seite aus betrachteten. Sie schienen mehr Gespür für die vorchristliche Geschichte von Judäa, Galiläa und Samaria zu haben, was sie wiederum mit den jüdischen Mitreisenden zusammenbrachte. Angesichts der teilweise recht rabiaten Judenfeindschaft Martin Luthers erschien mir das theologisch zwar nicht erklärlich, Aber die Katholiken verfügten freilich über einen Jahrhundert der alten Vorsprung in der Diskriminierung und Verfolgung des Judentums in ihren Ländern. Mit den Muslimen an Bord konnte ich keinen wirklichen Kontakt herstellen. Sie waren zwar ausnehmend freundlich und jederzeit zuvorkommend, doch war mir immer ein gewisses Misstrauen, den Christen und somit auch mir gegenüber zu erahnen. Gänzlich verübeln konnte man ihn dieses allerdings nicht. Es war bereits der vierte Tag der Überfahrt, als ich mit einem jungen Mann aus Holland an der Reling stand, der, wie er mir versicherte, in Jerusalem seinen Glauben erneuern wollte. Unser Gespräch wurde jedoch jäh unterbrochen, als ein paar Meter entfernt ein Streit zu vernehmen war. Dieser erfolgte zwischen zwei Männern in einer eigenartigen Version der deutschen Sprache und wurde immer hitziger. Schließlich wurde man sogar handgreiflich und ich entschloss mich, dazwischen zu gehen, bevor noch jemand verletzt werden würde. Das war zwar nicht der Fall, aber ich kam trotzdem zu spät. Plötzlich packte der eine den anderen mit beiden Händen, drängte ihn an die Reling und stieß ihn über die Begrenzung. Im nächsten Moment war bereits zu hören, wie der bedauernswerte Mann unfreiwillig in das Meer eintauchte, das Wasser spritzte bis zurück an Deck. Ich beugte mich sofort über das nicht allzu hohe Geländer. Der Mann war wieder aufgetaucht, machte jedoch überaus hilflose Bewegungen mit den Armen. Offensichtlich konnte er nicht schwimmen und drohte zu ertrinken. Ich zögerte nur einen Augenblick, dann rief ich Mann über Bord. Doch die umstehenden Passagiere, inklusive des Angreifers, schienen starr vor Schreck zu sein. Ich sah mich um, entdeckte einen Rettungsreifen, ergriff diesen und eilte zurück zur Reling. Der Mann im Wasser ging immer wieder unter, lange würde er nicht mehr überleben. Kurz entschlossen sprang ich selbst ins Meer, den Rettungsring in der Hand. Das Wasser war kälter als gedacht, das Schwimmen fiel mir mit voller Bekleidung ohne dies schwer. Doch nach ein paar Sekunden erreichte ich den Ertrinkenden. Er schlug wild um sich, als ich ihm den Korkreifen anbot und klammerte sich schließlich an mich, anstatt an die Schwimmhilfe. Damit brachte er freilich uns beide in höchste Lebensgefahr, denn er war viel zu schwer, als dass ich unser gemeinsames Gewicht über Wasser halten konnte, zumal er nicht aufhörte, mit den Armen zu fuchteln. Beruhigen Sie sich, ich werde Sie retten, versicherte ich lauthals, doch es half nichts. Der Mann war in Panik geraten und nicht mehr für vernünftige Handlungsanweisungen zugänglich. Ich hatte große Mühe, nicht von ihm nach unten gezogen zu werden und musste mehr Salzwasser schlucken, als mir lieb war. Ich musste eine Entscheidung treffen. Wenn ich mich losreißen konnte, würde ich wenigstens mein eigenes Leben retten, doch der Mann wäre unweigerlich verloren und würde hilflos ertrinken. Insofern blieb mir nur noch eine Wahl. Mit zwei kräftigen Faustschlägen gegen den Kopf gelang es mir, den Mann außer Gefecht zu setzen. Ich hatte ihn ausgenockt, wie einen taumelnden Kontrahenten in einem Boxkampf. Nun, da er bewusstlos war, wehrte er sich nicht mehr gegen seine Bergung, doch sein Gewicht zog uns immer noch nach unten. Glücklicherweise bekam ich den treibenden Rettungsring wieder zu fassen und mit dessen Hilfe konnte ich uns beide über Wasser halten. Das Schiff hatte inzwischen in einiger Entfernung angehalten und ein kleines Beiboot zu Wasser gelassen. Zwei Männer ruderten in unsere Richtung und erreichten uns gerade noch rechtzeitig, bevor auch mich die Kräfte verließen. Der ins Meer gestürzte Mann wurde zuerst ins Boot gezogen, dann wurde mir eine helfende Hand entgegengestreckt. Zu meiner Überraschung war es jene von Holmes. Um Himmels Willen, Watson, sagte er in vorwurfsvollem Tonfall, der natürlich nur gespielt war, halten Sie dies wirklich für den richtigen Zeitpunkt, ein Bad im Meer zu nehmen? Wir wurden völlig durchnässt und leicht unterkühlt, aber letztlich unversehrt wieder an Bord gebracht, wo auch der bewusstlose Mann wieder zu sich kam. Er sollte keine bleibenden Schäden davon tragen. Später fanden Holmes und ich heraus, was zu dieser Auseinandersetzung geführt hatte, in deren Zuge er ins Meer gestoßen worden war. Es handelte sich um einen Katholiken aus Bayern, der eine Zwistigkeit mit einem Glaubensgenossen aus dem benachbarten Tirol ausgefochten hatte. Es herrschte offenbar erhebliche Uneinigkeit über die Beschlüsse des Vatikanischen Konzils, wobei der Herr aus den österreichischen Alpen insbesondere das Dogma über die Unfehlbarkeit des Papstes in Zweifel gezogen hatte, was sich wiederum sein bayerischer Kollege nicht bieten lassen wollte. Für diese Renitenz wurde er sodann kurzerhand ins Wasser geworfen. Ein Priester aus München bemühte sich am folgenden Tag um eine Schlichtung zwischen den beiden Kontrahenten, die zumindest den Erfolg mit sich brachte, dass es für den Rest der Reise zu keinen weiteren handgreiflichen Angriffen kam. Ich hatte allerdings zwei Erkenntnisse daraus gewonnen. Einerseits stand fest, dass Uneinigkeiten in religiösen Fragen nicht nur zwischen Protestanten und Katholiken, zwischen Christen, Muslimen und Juden verbreitet waren, sondern dass es selbst unter den Anhängern des vermeintlich einheitlichen katholischen Glaubens Konflikte gab, was ein friedliches Miteinander nochmals erschwerte. Meine andere Erfahrung betraf klimatische Bedingungen im engeren Sinn. Das offene mediterrane Meer konnte im Dezember doch recht tiefe Temperaturen erreichen und eignete sich zu dieser Jahreszeit nicht unbedingt für ein ungetrübtes Badevergnügen. Selbst nicht für Kanal und Nordsee erprobte Briten.